hä? wo sind die Wache jetzt? komisch ok die Wache ist einfach weg aber ich wir haben es gut geschafft haben alles eingesammelt noch zum holger square gehen ja das ist unser missionsziel da werden wir auch auf jeden fall eingehen büro des oberaufseers okay wir sind schon wirklich weit gekommen cool gelassen wir das spiegel noch ein bisschen laden da ob auf der campel okay das haben wir schon gelesen kennen wir den satz da sind wir auf martin 23 meter entfernt okay 43 tschuldigung kurzes herz nehmen da sind zwei ruhen 164 171 meter die dürften im gebäude sein wahrscheinlich aber sind so weit weg da brauche ich das herz jetzt nicht die ganze zeit für da steht eine wache aber ja der hängt da dran oder die ratten es ist gar nicht so schlecht hier drin ich vermisse dumme wache was für ein anblick sie in der maske bieten ich weiß wer sie sind und was sie wollen und ich kann helfen befreien sie mich und ich spendiere ihnen in ein paar tagen einen drink ah da sehr gut fühlt sich gut an wie der gerade zu stehenden vielen dank korvo ihre mission hier und heute ist äußerst wichtig wir müssen emily finden und campbell töten und zwar schnell wenn er tot ist durchsuchen sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen tagebuch und dann verschwinden sie campbell trifft sich mit einer wache namens körnau die er meinen informationen zufolge vergiften will vielleicht können sie das zu ihrem vorteil nutzen ich kann hier nicht mehr ausrichten also werde ich mich zum hauenpitzpap begeben also hat auch gerade von körnau gesprochen den mann den wir retten müssen mögen alle geister sie leiten und möge der kopf unseres gegners zu boden fallen ohne dass sie schaden nehmen schermann die tür hier ist zu genau äh jetzt kurz überlegen wo wir nach oben können nein das zieht mir doch aus als ob man da hoch kann das zieht mir doch aus als ob man da hoch kann cool Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir... Den hier will ich erledigen, zuerst. Was hat der verbrochen? Wer weiß, das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar nicht der Aufseher reserviert. Verdammt. Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich nicht im Schleichen-Modus bin. Kommt her. Sehr gut. Komm. Na los. Yes. Puh, okay, Karnaten. Ich bin, ich bekomme von denen. Das ist sehr gut. Könnten wir auch mal gebrauchen. Irgendwann. Okay, kurz mal gucken. 100 Meter, ja, die sind wirklich aufs anderen Seite. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Okay. Ah. Zu spät reagiert, okay. Komm. Sehr gut Also wenn man den erfolgreich pariert Springmine Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen In denen du zunächst Ziels-9L1 drückst Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ihr nähert Und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich Oh, das ist hart Ähm Genau, wenn wir erst einen Schlag parieren Oh, hier gibt es ja noch mehr Kabelwerkzeug Gut, wir Ich lese jetzt nicht alles Es ist so viel, was wir gerade finden Ähm Genau, wenn man einen Gegner erst pariert Und danach Einen Schlag macht Dann tut man ihn direkt auslöschen Find ich eigentlich ganz cool Verdammt, wie viele Spiele auf deiner Art Alternative Wege Es gibt viele Wege Durch eine Mission Hauptstraßengassen Äh Rattentunnel Dächer Und Kanäle Probiere verschiedene Wege aus Um deine Ziele zu erreichen Hm, ich überlege gerade Moment Das eine ist da Okay, beide sind drin Dann Es ist nahezu egal Dann müssen wir auf jeden Fall einen Weg nach drinnen finden Ah Das scheint so ein Kanal zu sein Da liegen Münzen Ah Wie bei uns Okay Ich muss mal ganz vorsichtig sein Okay, jetzt müssen wir aufschlagen Ich hoffe, dass wir auch wirklich an unser Ziel ankommen Oh, wir können keine Bolzen mehr tragen Sehr gut, noch ein bisschen Energie Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir sind, gell Okay Wohlang ist jetzt eine gute Frage Was haben wir hier einmal? Äh Brandmark-Anweisungen Besprechungszimmer Okay, wir müssen hier weiter Anscheinend sind wir schon drin Zum Zwinger gehen Im Büro des Aufsehrs bleiben Okay, wir sind anscheinend schon drin Vermutlich Das sieht auf jeden Fall so aus Yes Ah, wir sind reingekommen Cool Okay, dann hätten wir eine Sache schon mal geschafft Da hinten haben wir zwei Da steht auch eine Da müssen wir rein Beziehungsweise einmal hier hoch Shit, der da hinten sieht uns Nee, da waren wir ja gerade eben Verdammt Ah toll, das ist da oben Das war so klar Aber hier gibt es einen Weg nach drinnen Oh, das Herz schlägt aus Moment 19 Meter, das andere 34 Also hier ist irgendwo ein Artefakt Ich kann Campbells Tagebuch nirgendwo sehen, Bruder Das war eine dumme Idee Wenn er uns hier erwischt Campels Geheimzimmer Hier müssen wir irgendwie rein Ja Die Rune ist auf jeden Fall da drin So Okay, wir haben es reingeschafft Das finde ich gerade sehr Erstaunlich Okay, wo ist denn der? Yes Konnte kein Alarm schlagen Moment Ah Der Controller vibriert halt die ganze Zeit Dass hier irgendwo ein Artefakt ist Das ist genau hier unten Das andere ist oben Oh, fuck Gibt's doch nicht Das ist aber auch noch eine Tür Sehr gut Ich glaube hiermit komme ich in das Geheimzimmer Zumindest hoffe ich das Sieht aber stark da noch aus Genau hier hinten dran ist es Jawoll Okay, das Ding rasselt jetzt voll aus Okay, da ist das Artefakt Wir haben es ernsthaft geschafft Ich glaube es nicht Erstmal alles mögliche mitnehmen Noch ein Brief Meine Mädchen Gut, ich will jetzt wirklich nicht alles lesen Es wird sehr viel Zeit kosten Ein Audiografen Ein Audiografen, der kann mal abgespielt werden Gut, ich will jetzt auch nicht weiter zuhören Wir haben das Artefakt gefunden Das ist mir eigentlich so das Wichtigste Ich kann mich noch nicht in die Ein Audiografen Und dann so are wir Ich bin enamel